es ist dieses komische flieger und ganz viel komischer seelen oder so was das darstellen soll muss ich das so richtig raussuchen oder wie was geht hier ab den passen wird noch nicht glaube ich doch schon hier sind fast nichts irgendwie jemals ich sehe jetzt warten bis ich wieder die andere da bekomme wir hatten die bösen ja ich sie am schluss viel spaß beim sterben erinnern erlaubnis bekommt nur in der quare hat er schon bekommen nächster dungeon hochheilen da viel zu viele wege schon wieder diese im gegnerkonstellationen diese im gegner grafiken wie immer irgendwie ist nicht das wird die klingeln 17 sehr gut da kekWE ist raus okay ist nix hier oben ist wieder ein zodiac stehen alle in einer reihe und tschüss die 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 siebzehn das ist auch passend einen wolf wolf zu nennen 0 für mich auch nur 4 zauber plus zehn erhalten was ist das so gut ist einfach mal dass ich die kuppe kommen auch wenn du dich nicht zauberst du bist aber aber naja was soll's der toll ist sie noch nicht kommt was sehr als tot super toll warum wirkt das gift immer noch Oh, Level 15. So, das kostet Giften hier. So. Speichern und weiter geht's. Mein Nerven Gegner, weil die viel zu schnell sind. Mann, die gehen immer alle aufs Erd, aber was soll denn die Scheiße? Mann. Das ist nervig. Sierra Level 17. Ja Mann, ey. Ach, na endlich. Geht doch. King Level 18. Das war gerade ein bisschen sehr schnell, der Wanderenkampf eben. Mal kurz durchhalten. MP. Was weiß ich? Ich hab' einfach MP verschwendet. Ist mir jetzt auch egal. Brauche ich eigentlich gar nicht aber... ...miss nicht stören. Das ist jetzt Krebs. Okay. Mit Wasser. Und tschüss. Tütütütütütü... Kurbeler DB von Tastal. kanzer erhalten kann sagt man das ausspricht sie werden stärker das ist nicht gut weil es können sie sich in dieser welt frei bewegen so das ist ja eine ausrüstung verteidigung weil sie zu wenig hast ja ist ja gut man immer nicht auf den keks mann doch keine lülaps und das diese blumen hier ist auch nichts gegen dieses grab ist es ist es ihres ihres eine frau die du kennst was ist nur passiert das ist doch was geschrieben fast nicht zu lesen passt auf meine tochter auf der name ist unleserlich sowie der rest hier gibt doch keiner mehr ja hier lebt keiner mehr kriegen lernte massaker warum ich verstehe es nicht verstehen wels wolf level abgeschlossen und nach links so mal hier alles wir haben wir nicht ein kleines gesigneter kristall und was macht es ach das ist auch mit dem offer für ihn sagt mir das mal jemand meine wirften irgendwelche gegenstehen da herum sagt mir nicht was es ist jajajajaja ich so weiter geht Okay, aus dem Weg, Mann. Oh, Ruhe, 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 Ruhe. Zweimal HP plus 40. Ähm. Kriegst du und kriegst du. Oh, ich sage. So. Geh doch mal weg, ey. Blö, scheiß Ratten hier. Ja, wow. Ja, 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 ja. Kommt, ihr sterbt schon alle früh genug. Ja, ist gut. Wir haben King, ihr müsst runter gehen. Hotline bis 17. Oh. 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 Schon viel Schaden macht,ت alles an. Reichert sein. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Ach, die Viecher nerven. Aus. aber sie müssen aufrichten ist der boss oder so die rate hat den schlüssel im mund stand sie dir doch ist noch was was die scheiße das sind sehr viele gegner sind sehr viele oh mein gott alter waren das viele 650 ip 1000 teiler schlüssel elixir 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 kühler für 20 und von 18 sehr lehrer 20 das ist wirklich immer dass frauen immer voll das geschirr anscheinend für ihn dass die frauen immer sich vor allem ekeln meine frasse gut was soll ich jetzt mal gucken schlüssel öffnen die türen schloss wenn du meinst ich gehe raus hier ja gut ist sehr gut ist sehr gut ist sehr gut warum sind immer noch schneller ist ich was soll das das ist so nervig ständig rübschen hier auch nicht ganz schön immer alle aufs er habe ich das gefühl wo es eigentlich meine machen müssen relativ großer dann schnell ganz schon lange schon zauber leben gefunden du hast den schon ne dann gibst du den einfach mal den meisten mp hast von allen bisher auf den tisch glaube ich gucken ob man das untersuchen kann ja 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 hör auf von den leute zu töten verdammt nochmal mann kinder 21 wolf 1 20 gegen gift gegen gift gegen gift auf rot so das kann man gar nicht zur seite schieben na gut dann halt nicht ein bisschen schneller bitte auflagen danke das tut und dann ist uns etwas das teil heilen und dann auf nach oben wahrscheinlich das ist hier noch mit ruhe zwei dichte zwei halten einmal du und das andere hebe ich mal auf ich weiß ja nicht ob wir die wirklich noch wieder bekommen oder nicht ich wusste ich habe den namen vergessen die die jetzt beim gegner ist so ist hier irgendwas interessantes nein okay und weil er geht hier ist ja gar nichts so leicht sollte man eine superwaffe auch nicht finden immer noch nichts das entscheide unter dem thron da ist was dass das schön sein das ist mein schloss alle schätze gehören mir was ein monster das redet ihr stört meine ruhe sterbt tot ja komm tschüss danke schatten 3 der sehra 21 er ist weg! you don't say! wirkt den schalter! nichts! warte kurz! wo sind wir jetzt! notausgang nein eigentlich ein bunker die waffe ist dann wohl der letzte schritt oder? es ist der sieg auch wenn man schon verloren hat! ok schatten 3 hebe ich mir auf für die trüssel dann wird das wieder mal eine verkaufsmaschinen macht ja auch so viel sinn 2 2 kaufen 2 kaufen erde 2 kaufen 2 kaufen 1 2 kaufen feuerfächer hat sich schon gut so weiter mal gucken was hätten erwartet unser schicksal haben wir eine alles gedacht los geht's sich doch wie ein riesiger heilig kristall es ist nicht das fest geworden ist das geht gar nicht so ziel ist die heilige stadt also du bist echt auf die stadt schießen was ist mit den normalen menschen dort gibt es keine unschuldigen mehr aufging ihr seid nicht in der stadt gut sonst hätte ich mich doch noch schlecht gefühlt das mond du monster was niemanden mehr töten das ist mädchen ist auch in sicherheit was hast du gemacht ich habe nichts gemacht er lügt er hat es angemacht es bricht zusammen wo er das veraltet ja mein kopf sei ja wo bist du sei ja mein kind sie ist weg hier ist ein größeres problem wo ihr hat überlebt euer pech babel töte sie das weiß mir nichts